Erstmal ummachen, damit die Kamera nicht kommt. Nö. Ich geh wieder rein. Schade, bisschen spät. Vielleicht kommt noch ein. Nö. Jedenfalls seh ich schon auf dem Bildschirm, dass die Quiltanteil von der Kamera nicht die beste ist. Hallo, wir müssen aufpassen. Oma kommt auch her. Hier noch ein. Was machst du nicht? Holen, Beiler. Hier kommt noch was. Sag mal. Was machst du denn da? Ich will das abkriegen. Weißt du nicht? Nein, du. Jetzt hab ich's. So viel wird da heute bestimmt musst du den Knall oder. Ich höre das ja mal Knall oder Wokner. Jetzt abkriegen wir das auf. Alles klar. Alles klar ist. Looks gut. So viel wird dann für mich an den Knall zu kommen. Das war's. Na, an zu. Und das war's. Ich hab sie nicht mit dem Knall. Schööön. 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 Schöööön. 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 Schööööön. Eieieiei Alter Rumpfstatt Schöööön Schöööön Alter Halt ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Wo bist du denn hin? Ich hab's auch da verbraucht. Die war weg. Ich hab's auch da verbraucht. Ich hab's auch da verbraucht. Ich hab's auch da verbraucht.